Also der Brian hat mich erstmal tief und schwer geschockt. Also hat er so ein Kuscheltier, mit dem er spricht, was ja an sich nicht schlimm ist, aber den dreht er damit ja wirklich völlig ab. Und dieses Vorstellungsvideo wurde ja anscheinend in Dubai da gemacht, da in der Unterkunft hauptsächlich. Und der dreht ja völlig irre auf. Also ich meine, ich würde jetzt behaupten, DSDS hat ihn dazu genötigt, aber ich denke mal, der macht das völlig freiwillig, der ist so verrückt. Und vor allen Dingen dachte ich, naja, jetzt in diesem Dubai-Recall werden sie ja so keine verrückten Trash-Leute mehr reinbringen, um die da durch den Kakao zu ziehen. Aber sie machen es ja tatsächlich. Und dann hat er ja nicht mehr gesungen, da hat er ja bloß die zwei Lieder von Wolfgang Petri da vom Band abgespielt. Und man hat ja auch klar gesehen, das Ganze war sehr stark geschnitten. Also er hat noch wahrscheinlich jede Menge Blödsinn gemacht. Und ja, also ich habe irgendwie den Eindruck, ja, er wollte sich da irgendwie präsentieren als Spinnerfreak und vielleicht sozusagen gebucht werden als eine Art Entertainer oder sowas. Aber dass man jetzt auch so in diesen, ja, Casting-Trash jetzt hier auch sozusagen auf Dubai weiter durchzieht, klingt für mich ein bisschen danach, als hätte RTL jetzt irgendwie, sagen wir, ja, Quotenprobleme, dass eben sozusagen das immer schlecht eingeschaltet wird, weil die Leute das nicht sehen wollen, weil es langweilig ist und meistens auch mal schnell hingemüllt und sowas. Und deswegen sozusagen nimmt man da erst noch Trash-Kandidaten mit sozusagen, damit Leute wieder sagen, zugucken, die bloß halt mit dem Finger auf andere zeigen wollen und sagen wollen, oh, die ist erbärmlich Opfer, oh, 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 oh. Und deswegen ist halt auch so jemand wie Brian dabei. Jedenfalls so meine Einschätzung.